So, jetzt beginnt das Spiel zu normalen. Zweifel. Und der Punkt, der jetzt steckt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt immer noch meinen Gottanzug habe, aber nachdem ich... Nein! Warum? Aha! Ich bin auch noch hinterher. Ich bin durchgesteckt. Ich glaube, einmal muss ich nur mindestens noch haben. Da! Ach, das könnte es... Ja! Sehr schön. Super. Stern. Und noch Stern. Das habe ich gern. Ich versuche, euch das schlechte Reim zu ersparen. Kannst aber auch jemanden zügig versprechen. Da liegt doch ein Typ. Ist das? Auch das kann ich nicht, aber ich versuche es trotzdem. Im Reich des... ...Rammerhai. Ich glaube, das ist ein Rammelhai gewesen. Ich glaube, das ist ein Rammelhai gewesen. Das klappt aber nicht. Ach, das ist er! Oh! Oh! Ich dachte, ich könnte runtertauchen. Wenn ich nicht... ... 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 Dagegen gefenstert. Warum schießt der denn nicht? Geh weg! Lass mich in Ruhe! Der hält immer noch die Luft an. Der Tal von Mario. Da fühlt mich ein... Wupsala! Oh! Oh! Stern! Hä? Ich dachte ich hätte einen grünen Stern gekriegt. Was war das denn? Ach, die fängt doch an. Nee! Ich möchte ganz gerne diesen Stern haben. Weiß auch nicht. Ist natürlich die Frage, ob das von der Zeit her passt. Geil! Angela! Oh, geil! Scheiße! Oh, ja! Okay, das kann ich hier zwischenspeichern. Okay, das kann ich hier zwischenspeichern. Das scheint für alle zu sein. Ich lasse mal ein bisschen korrekt gehen. Und jetzt habe ich ein bisschen zu tun. Aber? Laberhaberhaber! Das ist ein bisschen weg. Und diese Typen wieder. Ich hänge fest! Oh man! Ah! Das habe ich natürlich nicht gesehen. Oh! Wo ist der Gottmodus? Eigentlich bräuchte ich das ganze Spiel noch. Oh man! Ah! Oh man! Oh! Oh man! Oh man! Oh man! Aber, ja, wie soll ich das denn, wie soll ich das denn machen, das geht doch gar nicht. Vielleicht kann ich nur, wenn ich schießen kann. Ohlala! Lala! Schon wieder so. Komm, gib mir ne Blume und warte mal ein Ballerchen. Hey! Weg da! Was ist das? Ich kann mich überhaupt nicht wehren, das ist nicht nass. Oh! Ja! Stirb! Wieso? Ja, war ganz vorsichtig. Das ist ein neuer Sheriff in der Schrift. Das wollte ich immer später sagen. Was für ein Glück! Oh! 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 Wir lesen, das ist etwasseitig. Boah! Hier ist schon das Ende. Ende Gelände. 15.860 15.860 15.860 15.860 15.860 15.860 Mamma mia! No! I'm not sure he is, but I have to eat. And the wrong answer as well! A strategic example of what's happening to the boss Ram, and the good of me is that he needs to get out of the house, one in the representa of me. I'm not sure if I'm going to live here, Das war's für heute. Boah, jetzt sind wir all die krass. Ich habe mir doch mal einen Ball. Ja! 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 Nein! Das hat doch nie den Ball kaputt gemacht. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Concentracionat! Hey, gutball! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh my God! Karumpelbande So, gib mir ein Ball Aber mit Anlauf Oh no Nein Ja, das war am Anfang an ein Dofu, Mann Oh Gott Oh no Oh 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 Ja Ich wollte doch noch die übrigen Münzen So Oh 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 Das war jetzt mal eine kurze Pause. Den Ball habe ich abgeschossen und dann komme ich gleich hin. Das ist eine Ansage. Bis gleich, euer Willi.